ARD Text im Auftrag von Funk I hate this island Ja links ist die Farmerhütte ist offen Wir müssen hoch pushen hier Hier war Abwurfzone ganz am Anfang Hier sind bestimmt 2-3 gelandet Der Held da oben der sieht gut aus Hier rechts ist er auch auf Ich mag den Hill hier oben eigentlich aber Bis jetzt war ich dann noch mit Karabiner 8-fach da oben drauf Haben wir jetzt alle Silencer für irgendwelche Waffen? Ja Vector Werner hat keinen Silencer oder? Der hat noch einen zweiten Jolly Aber dein Inser Rucksack ist schallgedämpft Das ist ein neuer Bug Wenn man 1s Rucksack und 3er wässt hat Das ist nur übelst unbashable Da hast du Verzauberung 3 Und Behutsamkeit Und Glück 3 Aber Effizienz 4 hast du nicht Der hat noch meine SKS heute Oh unten steht ein Lader aber der ist äh Hier oben die Hütten Vorsicht Sollenbrille Platzmittel Bleiben wir erstmal hier? Hier oben ja Da Der Kreis tut er nicht ganz so weh Hier von links werden welche kommen 100 pro von links Hier lasst du mal hier vorgehen Weil von hinten wird jetzt kaum einer kommen Denk ich mal Da sind wir ja gerade hoch Spieler Nordost Auf der Straße gerade 300 An den Häusern jetzt auf der anderen Straßenseite Sind aus der Garage gekommen Ich rück mal runter Warte mal erstmal Kreis verteidigen wir noch hier oben Ja ja ich Fahrzeug Hinter uns Ja Kommt der hoch Hält hier Hat die angehalten Jetzt laufen sie Über mir über mir Drei Mann Links fährt noch Die pushen hoch zu den Hütten Ja Sind wir bereit? Halt Gseite dran? Ich bin da ja ich muss nur aufstehen Ich push links rum Warte mal die kommen hier vor Die kommen hier vor Die kommen im Kreis mit Ah ne die sind jetzt im Kreis drin Drei Mann Gucken auf die Dinge Auf was? Auf die Häuser Jetzt kommt sie den Hill runter Achtung Oh 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 Ja Komm 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 Hat mich gesehen Einer habe ich Einer habe ich Oh Hörst du Hier Kack 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 Da unten Da unten Ja ich sehe es Nehmen wir die SVS dann Liegt da Jetzt ist es vierfach Ja ja Bitte mal Werner willst du die Vector haben? Ne Werner zweifach liegt Ich hau mir manchmal geboost rein Ah ja Ich bin hinter dir am Balmstein Wir müssen move'n Leute Shit Hier unten rechts steht Die haben doch ein Auto Die haben doch ein Auto Die haben uns mitgebracht Ja das müssen wir nehmen Ja Ab geht er Peter Habt ihr die gelootet alle schön? Ja Ja ich habe Matic mitgenommen Ich habe jetzt ähm vier Kisten Und acht Fuß 2-2 habe ich Alles gut erstmal 1-1-16 Leg der gleich was nochmal aussteigen Dann werden wir gleich Wir gehen rechts unten in die Zone Das ist vom Süden Ja Rechts knüppelt Links knüppelt Rechts und rechts Ja Wir gehen da hoch auf den Hill Bein Achtung Ja Links Links an der Abwurfzone der Spieler An dem Baum Der Links Der Baum jetzt von uns Ich halte jetzt hier dahinter Achtung Ich halte jetzt hier in der Senke Warte da ist er Rechts am Berg Rechts am Berg Spieler 60 Hinter dem Böhm dort Halt Hit Halt Hit Halt Hit Halt Hit hier vorne Halt Hit hier vorne Och wer ist da? Mensch Ja ich schieße halt mit drauf Macht nix Wo rechts am Berg Wo rechts am Berg Da immer noch ein Ja Halt Hit Links Links Ah Alles genockt? Und noch mehr Oder noch mehr Wo sind die genau? Werner komm mal her Werner komm mal her Werner komm mal her Werner zu mir hier Ich muss mich heilen Inner bei 300 würde ich sagen Ok du bist am Healen ok 300 sagst du? Ja ich seh ich Ich seh nicht Der ist grad wieder Den Hungry grad wieder runter Dort sitzt er bei 2 oder 85 Liegt einer Im Dreck Seh ich Ah der war alles genock von mir Ok ist gut Werner komm her Ich druck dir noch was Was sind wir denn hier oben mit den Spielern? Hab ich alle gekillt Ich brauch mal noch einen Koffer 2 Boots Warte mal Hat nur noch Bandage Koffer liegt Warte warte noch mal Koffer Liegt Ja wir müssen links rum pushen jetzt Kommt Der Hill ist clear würde ich sagen Ja wir müssen aber hier links rein Wir können auch zu der Ghule vor pushen Wo die Da vorne, da vorne, da vorne Links Hat er doch Nice Haha der war geil Kommt vor pushen jetzt Wir holen uns jetzt die am Hang Ja Die haben uns ja nicht Warte Werner ich bin gleich da Im Bus Im Bus Im Bus Im Bus Vor euch Down Nice Danke Müsst ihr mich holen wenns gehts Ich hol dich Ich versuch's Ja Hol ich Ich nehm die Aufmerksamkeit auf mich Lass mich sehen Bin im Kreis alles gut Gibt dir Deckung Werner waren die nicht rechts noch welche? Ne Weil die ja so nach rechts geguckt haben Die wussten nicht wo es herkommt mit den schallgedämpften Korkschuss Ne War unser Danke Verteil Noch 6 Äh 7 Wirds ja immer grauer Ah Hopp Äh das ist von rechts Warte Ja zu sagen Sehen sie? Ja genau rechts Ein Art Hit Die sind nicht in der Zone Die sind nicht in der Zone Gib mir mal Deckung, gib mir mal Deckung Schieß mal auf die Ich muss mir Ah Heiß Ich geh weiter Ich muss mir eine Mette geben Ich muss hier in die Senkel erstmal Beiden seh ich nicht Da Gut Hui Wie viel sinds noch? 8 6 andere Tut mir leid Werner Du bist außerhalb Ja Werner konnte auch nichts machen Tut mir leid Ich bin jetzt grad nicht außerhalb Scheißegal Brauchst du noch Boost? Ja ich hab jetzt nicht meine Mette Jetzt Komm mal her Ja leg einfach hin Ich hol mir ab Wiegen Brauchst du Koffer? Ich hab noch einen Wiegen auch Alter Kevin hier sind wir gut Hier in der Senke sind wir doch perfekt hier hinten Wo? Hier hin Bei mir Ah ja Wir haben eine Deckung Wir können uns hinlegen Notfalls Ja Spieler rechts Aufm Airfieldrennen Ja ja Einer ausgenockt Hit Nice Ausgenockt Hier rechts, 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 rechts Rechts hinten wieder Hat er wieder die große Schnauze Guter Hit Hat wieder ein Hit Wir sind hier im Kreis 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 Da rennt er Sie müssen doch zu sehen jetzt sein Rechts hin 100% Ja ich geb mir auch nochmal einen Boost Warte mal Wir haben den kürzeren Weg Wir haben den guten Weg Wir haben den guten Weg Links, 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 vorne Auf 15 Ja Hat Hit Tot Nice Ne ist ausgenockt Ja 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 Aber der würde Wenn der dort vorne ist Rechts am Baum, rechts am Baum, oder? Ne der Mädel liegt da auch links Der liegt links am Baum, links am Baum Ja Ja Kann man ja mal gratulieren Kann man mal richtig gut gratulieren Wir haben mal gut gespielt Gut gesehen, gut gespielt Ja Wie viele Kills hast du? Hm Nur 4 Ok Werner? Werner? Nein, wie viele Kills haben wir insgesamt gemacht, meine ich damit Also ich habe 7, 4, sind 13, äh sind 11 Werner? Werner, Werner redet gerade nicht mit uns Egal, wen ist wichtig Nice War gut Tut gut War gut, tut gut Alles schön